Letztes Jahr veröffentlichten wir ein Video über drei B-Movie-Stars von damals. Die Helden der zweiten Reihe sozusagen. Darin ging es um Cynthia Rothrock, Michael Dudikoff und Daniel Bernhard. Ich hatte auch schon damals angefragt, ob ihr Lust auf einen zweiten Teil habt, da die Riege der damaligen Action-Darsteller und Darstellerinnen natürlich noch um einiges größer ist und aus aktuellem Anlass, habe ich mich jetzt dazu entschieden, den zweiten Teil nachzulegen. Diesmal geht es um drei Herren, die ihr mit Sicherheit auch alle kennt. Wir sprechen über Fitnessprogramme, Erfolg trotz fehlender Englischkenntnisse bis hin zu einem ganz großen Was-wäre-wenn? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Special hier bei Ungeschnitten. Seid ihr bereit? Sind Sie bereit? Dann fangen wir an. Beginnen wir mit einem Mann, den ich zunächst nicht mal als Action-Star wahrnahm, sondern eher durch Werbeclips für Fitnessprogramme beim nächtlichen Seppen im Fernsehen und nein, die sexy Sportclips auf DSF zählen nicht dazu. Aber meine Güte, diese Outfits waren doch einfach göttlich. Außerdem gab es da noch einen kurzen Auftritt in einem der besten Bodymovies der Filmgeschichte. Leider spielte er nicht unbedingt eine tragende Rolle in dem Streifen. Die Rede ist natürlich von Billy Blanks, der es aus ärmlichen Verhältnissen und mit satten 14 Geschwistern schaffte, sich mit Kampfsport erst einen Namen bei Turnieren zu machen und dann ins Filmgeschäft einzusteigen. Mit elf Jahren fing Billy an Kampfsport zu trainieren, darunter vornehmlich Karate und Taekwondo. 1975, also mit 20 Jahren, führte dies zu seinem ersten Titel, dem Amateur Athletic Champion, welchen er auch noch vier weitere Male gewinnen konnte. Doch auch als Boxer war er nicht unerfolgreich und gewann auch dort diverse Titel. Dadurch wurde das US-Karate-Team auf ihn aufmerksam, dass er später als Käpt'n zu Turnieren führen sollte. Nach 36 Goldmedaillen in diversen Meisterschaften war die Aufnahme in die Karate Hall of Fame 1982 dann eigentlich nur noch Formsache. Beste Voraussetzung also, um seine eigene Schule zu eröffnen und ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Taibo nannte er das Ganze. Vom Namen her eine Mischung aus Taekwondo und Boxen. Oder ein Akronym für Total Commitment, Awareness, Excellence, Body and Obedience. Taibo ist dabei auch keine Kampfsportart, sondern ein Fitnessprogramm und das verkaufte sich wie warme Semmeln. Ende der 80er verdiente sich Billy auch noch Geld als Personschützer dazu. Das machte offenbar so viel Eindruck, dass er beim Film Driving Force eine kleine Nebenrolle abstauben konnte. Zuvor stand er zwar schon bei Deadly Weapon im Bild und in einer Folge Spencer war er auch kurz zu sehen, aber mit Driving Force bekam er schlussendlich den Fuß in die Tür zum Filmgeschäft. Ein Jahr später folgte mit Blood Fist Fighter schon der nächste und auch größere Auftritt. Diesmal neben Don The Dragon Wilson. In den folgenden Jahren häuften sich die Filme, mal mit kleineren Rollen wie in Leon, Tango und Cash oder besagtem Last Boy Scout, aber auch großen Rollen wie in Karate Tiger 5 neben Lauren Everdon, Die Adlerkralle neben Matthias Hues oder American Karate Tiger. Doch nicht nur in Martial Arts Filmen ist Billy zu sehen. Immer wieder kam es zu Cameos, in denen er sich quasi selbst spielt. Emergency Room, Jack and Jill oder Sabrina total verhext. Im Vordergrund stand hier meistens sein Fitnessprogramm und so war er eben immer der Fitness Guy. Mittlerweile ist Billy 67 Jahre alt, hat 5 Kinder und lebt in zweiter Ehe seit über 10 Jahren mit seiner Frau Tomoko Sato zusammen. Seinen letzten Auftritt bisher hatte er 2017 in Anatomy of an Antihero. Allerdings ist auch eine Spin-Off-Serie zu der The Circuit Trilogie in der Mache, an der er beteiligt ist. Und mit ganz viel Glück und Unterstützung dürfen wir ihn schon nächstes Jahr in einem neuen Retro Martial Arts Film erleben. Aber zu dem kommen wir noch am Ende des Videos. Billy Blanks hatte also Zeit seines Lebens nicht nur den richtigen Konter für seine Kontrahenten parat, sondern auch einen sehr guten Riecher. Gerade in den 80ern schoss die Fitnessbewegung in den Staaten so richtig nach oben und Billy war mit seinem Table zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der zweite Herr auf meiner Liste ist 1,96 groß, hat blondes, engelsgleiches Haar und kommt aus Deutschland. Aber in Frieden, sagt er zumindest. Denn der deutsche Matthias Hüß hat nicht nur ein stattliches Auftreten, sondern auch ordentlich was auf dem Kasten. Schon in jungen Jahren war Hüß nicht nur sportlich, sondern auch im Fünfkampf tätig, bei der er 1978 die Meisterschaft gewann. Es folgte Kampfsportunterricht und ein schwarzer Gürtel in Taekwondo. Nach seinem Schulabschluss ging er nach Paris, um im Hotelmanagement zu arbeiten. Und genau wie Billy Blanks bemerkte auch Matthias Hüß, dass die Fitnesswelle aus Amerika gerade anrollte. Also wieder zurück nach Deutschland, zwei Fitnesscenter eröffnet und die Welle selbst mitreiten. Aber warum eigentlich den amerikanischen Lifestyle nach Europa holen, wenn man auch einfach nach Amerika gehen kann? Also ab nach Kalifornien und den American Dream jagen. In Kalifornien, genau genommen am Venice Beach und noch genauer im Goals Gym, tummelt sich auch genau der Menschenschlag, zu dem auch Matthias gehört. Muskulöse Macher, die im Leben mehr erreichen wollen, als nur ihren Bizeps zu stehlen. Und wie es das Schicksal so will, war auch gerade ein Produzent auf der Suche nach einem Darsteller, der niemand anderen als Jean-Claude Van Damme für sein nächstes Projekt ersetzen könnte. Der Belgier ist nämlich bei Karate Tiger 2 abgesprungen und Hüß bekam den Zuschlag. Über die Fortsetzung des Martial Arts Kultklassikers habe ich auf diesem Kanal schon des Öfteren gesprochen. Für mich ein wirklich unterschätzter Streifen. Und gerade Matthias machte als schlecht gelaunter General Juri richtig Spaß. Und wenn man schon mal angefangen hat fies zu sein, na dann macht man eben so weiter. Abseits von kleinen Nebenrollen etablierte sich Matthias Hüß für viele zum Lieblingsoberschurken. Egal ob Fistfighter, Dark Angel oder Black Belt, Matthias war gemein wie 10. Doch Matthias legte sich nicht nur auf Martial Arts Filme fest. Seine filmischen Ausflüge reichen von Science Fiction wie Star Trek 6, über reine Fantasy wie Dragon Wars, bis hin zur Horrorkomödie wie dem 2018er Puppet Master. Selbst bei dem Shooter-Hit Wolfenstein 2 wirkte er bei der Synchronisation mit. Die mittlerweile 64 Lenzen merkt man dem Koloss auch kein bisschen an und ans Aufhören denkt er erst recht nicht. Sein Output ist bis heute konstant und auch wenn man bei dem einen oder anderen Film über die Qualität streiten könnte, so hat sich der mittlerweile in L.A. lebende Darsteller eine wirklich imposante Bandbreite an Rollen und Genres aufgebaut. So erschien erst kürzlich mit 1066 eine Aufarbeitung des englischen Mittelalters und mit Gunfight at Rio Bravo ein klassischer Western. Außerdem gibt es auch bei ihm ein Projekt, das wir hoffentlich nächstes Jahr zu Gesicht bekommen werden. Und bei all diesen Erfahrungswerten kann man es sich natürlich auch erlauben, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Und ab einem gewissen Punkt war das eben Shirtless in Hollywood. Ihr könnt mir aber natürlich mal in die Kommentare hauen, welche Rolle ihr von Matthias Hues am gemeinsten fandet. Ich tendiere da wohl zum charmanten Alien Talek aus Dark Angel. Der dritte im Bunde trumpft zwar nicht mit seiner riesigen Bandbreite an Filmen auf, aber dafür hat bereits ein Film gereicht, um ihn zum Kultdarsteller für Genre-Fans zu machen. Zu verdanken haben wir das zum einen Rocky und zum anderen Kentucky Fried Chicken. Klingt komisch, ist aber so. Wie bei vielen anderen begann auch bei ihm die Liebe zum Kampfsport bereits in Kindertagen. In diesem Fall eben Taekwondo und Kickboxen. Nach seiner Schulzeit verdiente er sich ein paar Dollar bei einem Dodge-Autohändler dazu und wurde dort von einer jungen Dame einer Modelagentur angesprochen. Diese verschaffte ihm erste Aufträge für kleine Werbefilmchen, unter anderem Kentucky Fried Chicken. Irgendwann hatte der junge Kurt allerdings bereits Blut geleckt und wollte mehr. Vor allem Rocky inspirierte ihn dazu, noch einen Schritt weiter zu gehen und seinen Traum als Darsteller anzugehen. Und dabei ging es ihm nie darum, der nächste Action-Star zu werden. Dass sein Talent ein guter Türöffner war, wissen wir jetzt natürlich alle. Bist gut. Ich werde noch besser. Ein guter Freund von ihm erzählte Kurt, dass es da einen geplanten Karate-Film namens Ring of Truth gibt, für den gerade die Darsteller gecastet werden. Nach dem Einsenden eines Fotos und diverser Referenzen kam auch direkt die Zusage. Nee, kam sie natürlich nicht. Wäre ja zu leicht. Also ging Kurt nach erneuter Überredungskunst seines Kumpels zum offenen Vorsprechen. Da Kurt auch noch sehr spät dran war, waren alle Rollen auch schon weg. Bis auf die Hauptrolle. Und schlussendlich ist es die ja auch geworden. Natürlich gehört zu so einem Film auch eine ordentliche Vorbereitung. Und was haben wir bereits gelernt? Wo man am besten Gewichte stemmt? Richtig im Goals Gym. Außerdem war auch der vermeintlich einfache Part im Film, nämlich die Dialogszenen, doch gar nicht so unkompliziert. Denn der Darsteller von Bruce Lee, Taichung Kim, sprach kein Wort Englisch und sprach alle Dialogzeilen auf Koreanisch. Übrigens war das natürlich nicht der einzige Film, für den sich Kurt McKinney zum Casting meldete. Auch American Fighter bzw. Ninja stand auf seinem Zettel. Doch wie wir alle wissen, bekam da Michael Dudikoff den Zuschlag. Nach dem Achtungserfolg von No Retreat, No Surrender aka Karate Tiger kam natürlich auch das Angebot über eine Fortsetzung ins Haus geflattert. Viel bekannt ist nicht darüber, außer dass auch Van Damme wieder den Antagonisten spielen sollte. Allerdings hatte dieser keine Lust im kambodschanischen Dschungel zu drehen und riet auch Kurt davon ab. Hinzu kamen Drehverzögerungen und Wetterprobleme, weshalb Kurt dem Projekt auch fern blieb. Also wurde das Drehbuch umgeschrieben. Matthias Hüß bekam die Rolle des Russen und Lauren Avedon den Part, den eigentlich Kurt übernehmen sollte. Auch Canon Pictures meldete sich nochmal bei ihm, denn Dudikoff hatte keine Lust mehr als Ninja aufzutreten. Also bekam Kurt einen Vertrag über Teil 3, 4, 5 und sogar 6 auf den Tisch. Das war ihm dann aber doch zu viel des Guten. Und wie wir ja schon wissen, war der gute Mann nicht nach Hollywood gegangen, um händeringend Martial Arts Filme zu machen. Also entschied er sich für General Hospital. Eine Daily Soap im Krankenhaus, bei der er drei Jahre blieb und gleich mal seinen ersten Preis als Nachwuchsdarsteller einsackte. Außerdem spielte er auch in Springfield Story in einem Zeitraum von über 22 Jahren in über 170 Folgen mit. Hinzu kommen kurze Auftritte in ALF, Blue Bloods, Power, Liebe-Lüge-Leidenschaft und so weiter und so fort. Hat also alles weniger damit zu tun, wofür wir ihn lieben. 1996 gab es jedoch noch einen Ausflug ins Martial Arts Genre und das neben der Grand Dame des Genres. In Sworn to Justice bzw. Female Justice spielt er den Liebhaber von Cynthia Rothrock und darf sogar ein paar Schläger an den Mann bringen und die Zunge an die Frau. Die Klasse und den Charme eines Karate-Tigers hatte das aber leider nicht und der Film trumpft auch mit einer sehr kuriosen Handlung auf. Aber gut, der Geist von Bruce Lee war damals ja auch keine Story-Revolution. Mittlerweile ist Kurt 61, hält sich weiter in Form, lebt in New York und spielt immer noch hier und da in Serien oder TV-Filmen mit. Aber auch bei ihm gibt es ein Projekt, das in Kürze ansteht und wie es das Schicksal so will. Und da ich ein Fuchs im Spannungsaufbau bin, kann ich euch jetzt verraten, dass Billy Blanks, Matthias Hüß und auch Kurt McKinney in ein und demselben Film spielen werden. Hinzu kommen noch Cynthia Rothrock, die Quissy-Brüder und eventuell sogar Richard Norden. Last Comité soll der Streifen heißen und noch dieses Jahr gedreht werden. Allerdings fehlen noch die letzten Taler, um das Ding final zu machen. Wer dazu mehr wissen will, schaut sich am besten mein Interview mit dem Produzenten und Kopf hinter der Sache Sean David an. Und wer das Projekt unterstützen will, besucht am besten schleunigst die Kickstarter-Seite und hilft dabei, Fanträume wahr werden zu lassen. Aber damit nicht genug. Viele von euch werden wahrscheinlich noch mehr Fragen an Kurt McKinney haben und ich kann euch die Antworten besorgen. Nächste Woche werde ich ein exklusives Interview mit ihm für diesen Kanal führen und ihr seid herzlich eingeladen, mir eure Fragen in die Kommentare zu hauen. Und merkt euch eins, wenn eure Finger sich nicht bewegen, dann sehe ich das. Ich bin also gespannt auf euren Input und renne bis dahin mit meinem Lieblingssong im Ohr dreimal um den Block. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Unterstützung für The Last Comité und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei Ungeschnitten.